Heute ist der 14.04.2012. Unsere Welpen sind heute volle vier Wochen jung. Anfang der fünften Lebenswoche. Und eigentlich recht munter und gut drauf und untersuchen im Augenblick alles so in ihrem Welpenbereich. Hier vorne sitzt die Emma. Hat gerade ihre Füße in so einem Wassernapf gehabt. Ist wohl ein bisschen unangenehm. Da vorne, das ist die Emmilu. Und hier vorne, die schwarze, ist Abby. Die mal gleich so ein bisschen in Spielstellung geht. Jawohl. Wird gleich mal ein bisschen gerauft, spielerisch. Das gehört halt auch zum Großwerden. Und hier vorne. Vielen Dank.